ja letzte folge haben ein riesen baum gesehen sind hier am lager und haben jetzt hier so ein paar leute die wir mit unserem kollegen hier mal gerade auf die schippe nehmen denke ich meine erledigt und nur einer im lager ja da ist ja mein kollege tot da sind auch noch welche ja ich glaube hier können wir gerade looten da sind noch ein paar leute hier waren gestorben da ist noch ein loot da ist eine kiste du komm mal gerade erst rein bevor du noch mehr schaden anrichtest da ist wieder der riesen baum ach jetzt hab ich noch mal rausgeholt ich wollte die kiste aufmachen die macht man aber nicht mit e auf gut wenn wir denn hier weiß nicht ob wir den haben flammenbell sagt mir nix sehen wir sofort oder ach hier sind noch nicht mal auf dem großbildschirm naja aber das bisschen könnte ab oder hier ist nix los flammenbell hatten wir noch nicht auch sehr schön so wollen wir das noch mal fragen aber da brauchen wir auch ich glaube wir brauchen ihn dann ist er kaputt das ist das problem mit neu eingelaufen aber ich glaube war nicht so schlimm wo ist denn jetzt hier unser türmchen ich sehe es immer noch nicht das muss hier sein wahrscheinlich da wird die statue angezeigt mit 200 meter versuchen wir mal jetzt hier durch die laufen hinter den livemunks hinterher da sind wieder zwei von denen ne kann sein dass ich keine munition mehr habe pfeile sind alle das ist schlecht inventar ist auch ziemlich voll ne die ist auch ziemlich kaputt ne ich glaube wir gehen mal zur statue und gucken zu dass wir die hinkriegen aber der hängt ja sowieso hier fest dann können wir den gerade mal das sind die agronen ne taupen ist ein ei lange keine eier mehr gehabt ne das sieht irgendwie größer aus düsteres riesenei ok der ist agro und jetzt kann ich den nicht schießen ne da muss er mir helfen ein schuss und er den kaputt gemacht meine güte ohne statue dann holen wir die maschine das ist ein wichtiges pünktchen wo ist jetzt hier die der reise schnell reisepunkt und dann können wir ins lager zurück und können erstmal sachen auspacken und dann kommen wir wieder und schauen was hier los ist und wir brauchen pfeile vor allem ja das weg ist hier irgendwas bei was da rein kann ich glaube nicht oder ja doch holz haben wir auch irgendwie aufgesammelt ne das ist was anderes tomatensamen sind das ok sehr cool äh zuckerwatte 5g sehr gut flintenmunition viermal das kann da auch rein dieser kann da rein ja die minderwertige munition muss für muskete haben wir genug gefunden schon mal da können wir unsere muskete auch mal wieder mitnehmen ne ne da haben wir auch reichlich äh die eier machen wir hier unten hin die müssen wir gleich woanders hinbringen genauso wie das ei äh die tomaten machen wir mal gerade hier rein und da müssen wir auch überlegen dass wir ein Feld anlegen mit tomaten hier sind hier sind Metallbau da haben wir jetzt drei Medizin so das ist erstmal gut das können wir hier brutzeln das Fleisch nochmal da ist ein Händler das hat der für uns kaufen das ist hier irgendwas wichtiges starke Medizin ne hier 120 die kostet das einmal wahrscheinlich ne wo kann man denn da kriegen von dem 69 dann sind 8.280 weg ne da will ich gar nicht das ist mir dann zu teuer da gibt es bestimmt andere Dinge die ich kaufen wollen würde ja erstmal gut lauf du mal weiter das hat uns jetzt nicht weitergebracht mit dir ah guck mal hier sind schon Falte vorbereitet dann macht man hier noch weitere 100 Stück hier können wir gerade reparieren haben wir hier noch ein Ei ja wer ist das jetzt konnte ich nicht sehen das ist auch so doof gemacht gefrorenes Ei aber ich wollte das Riesenei erstmal machen gucken was das braucht oh eine Stunde 20 Minuten das muss was Gutes werden hier ist heiße Milch dran da ist nix dran warte nehmen wir mal raus hier ne das war doof falsche Taste erwischt shit das ist fertig jetzt können wir mal gucken was können wir denn noch hier so wir müssen die Tomaten mal machen und dann kann man bestimmt irgendwie leckeres Tomatenbrot oder Omelette oder weiß ich Tomate und Ei guck mal da sollten wir mal ein Feld anlegen für da wird bewässert aber ich sehe nix lass uns mal gerade eine Runde pennen so jetzt stehen wir mit den Hühnern auf alles ist gut hier werden Bären alles gemacht und hier Weizen ok das haben wir hier dann auch schon mittlerweile gut hier müssen wir jetzt ein neues Feld bauen ach Tomaten können wir noch gar nicht anpflanzen oder was Bärengarten Weizenfeld Tomatenacker da muss ich Punkt 32 haben und Tomaten machen na super so diese Megasphären da die Terrasphäre die machen wir jetzt mal hier Fließbandwerk das müssen wir ja auch noch machen Kälterresistente Metallröstung Deckenlampe alles jetzt gerade nicht so wichtig Steinbauset jetzt haben wir noch drei und ein antikes können wir noch machen da brauchen wir wohl zwei für die Lampe die wollte ich schon immer machen die brauchen Metallbahn und ein antikes Bauteil drei antike Bauteile noch antike Frisierkommode naja das brauche ich auch Futterbeutel braucht man drei für hier vier ok das hat sich dann erübricht was macht das Silo dann sehen die schneller aus sehe ich gerade auch nicht unbedingt was wir das brauchen ja Punkte sparen macht hier keinen Sinn was auszugeben und Tomatenfeld ist hinfällig das heißt wir können die Tomatensamen auch irgendwo ablegen habe ich schon erworbt nicht wahrscheinlich oder zu mir schon wieder so zu euch kriegen das mehr im Brot das können die mal essen warum essen die das das brauchen die nicht essen da sollen die Brot rausbacken 89 Eier Zuckerwatte das ist alles nicht was die brauchen Milch haben wir schon hier noch aber warte es ist fertig gekochte heiße Milch ist das wir machen die da die nehmen wir raus die Milch ne die Punkte will ich haben 252 schon ganz cool ist man ja noch hier ach das war der Heiltrank so kurz gucken hier kannst du die Spiegeleier machen oder die Milch Spiegeleier Spiegeleier konnten wir noch glaub hier machen ne genau auch die Milch konnten wir auch da machen ach das hab ich jetzt nicht gemacht glaube ich darf da unten ja noch ja sagen ok die Milch wird gemacht das wird gemacht was haben wir jetzt noch zu viel mit das Getreide ja aber Brot kann ich hier nicht backen kannst die Beeren machen die hätten sogar einen Gei dann ja komm dann mach doch mal die Beeren auch noch Max kann ich auch die Hälfte Max machen das kann ich nicht minimal machen ne ich würde kein Schiff die Hälfte ne vergiss es mit den Beeren ah shit jetzt um einen Stein eingepackt ne die Balsphäre ist nicht hier das Getreide ist hier wo war denn jetzt die Balsphäre? da auch nicht da auch nicht dann ist es da saft nicht sphären saft nicht sphären kurz den Stein hier raus den ich ausgesehen aufgehoben hab wir haben auch genug Steine hier und hier kommen noch die Eier rein gut sind wir erstmal so weit oder dann würde ich sagen machen wir erst einen Cut hier warte wir können hier nochmal die Pfeile noch mitnehmen gut gut tragt das kann ich das hier irgendwo sehen da unten 183 da kommen wir mit klar wir haben genug Pfeile wir haben Munition für die Moskete warte mal ne das war falsch Tab ist richtig das kann da hin die Armbrust ist schon passend ja kann man erstmal so lassen Eier haben wir 35 noch das sollte für uns erstmal vorübergehend reichen ich würde sagen wir machen erstmal hier einen Cut ich bedanke mich recht herzlich für das Zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine Auer habt macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an kriegt dann natürlich das nächste Video hochladet gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf einer Kanäle teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao bis dann